Ich begrüße dich, schön, dass du hier bist. Diese Meditation soll dich entspannt durch die Feiertage begleiten. Du darfst in dieser Meditation Weite im Herzraum schaffen und dich mit der Liebe, dem Mitgefühl, Verbundenheit und mit deinem wahren Sein verbinden. Komme in eine aufrechte und entspannte Sitzhaltung. Bringe deinen Rücken über die natürliche Schwingung der Wirbelsäule in eine aufrechte Haltung. Nimm wahr, dass dein Scheitelpunkt und der untere Beckenraum sich in einer vertikalen Achse befinden. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen und dehne noch einmal deine Wahrnehmung über den gesamten Körper aus, von den Füßen bis zum Kopf und lass dann alle Anspannung los. Nimm den natürlichen Fluss deines Atems wahr. Dann komme mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum deines höheren Herzens. Dieser Raum befindet sich hinter dem Brustbein auf Höhe des physischen Herzens. Dieses energetische Zentrum ist dein spirituelles Zuhause. Und nun siehst du vor deinem inneren Auge einen winzigen Lichtpunkt auftauchen. Dieser Lichtpunkt ist das Symbol des Zentrums deines höheren Herzens. Lenke nun dein Atem hin zu diesem inneren Licht und sieh, was geschieht. Vielleicht spürst du, wie dein inneres Licht größer wird. Nun nimmst du wahr, wie über deinen Scheitelpunkt eine strahlende Lichtenergie in dich einströmt. Wie das höhere Licht über deine Kopfmitte in den Halsraum hineinfließt und weiter zum Raum des höheren Herzens. Spüre, wie sich das Licht deines Herzens dem höheren Licht entgegenstreckt. Und wie sich jetzt beide Energien miteinander vereinigen. Spüre, wie sich in dir ein Gefühl der Weite, des Friedens und der Liebe ausbreitet. Wie sich diese Energie zunächst über den gesamten Herz- und Brustraum ausbreitet und dann dein ganzes Sein erfüllt. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie ein Gefühl der allumfassenden Verbundenheit mit deinem Sein in dir entsteht. Gib deinem Atem Raum und erlaube dem Atem, in dir so fein zu sein, dass er den Ort in dir berühren kann. Dieser Ort, der Licht ist, der immer da ist. Und wie ein Feuer lässt du beim Einatmen dein Licht immer stärker werden. Beim Ausatmen lässt du es strahlen. Und die Essenz, das intrinsisch Gute, was darin liegt, das darf dich nun berühren. Erlaube dich, voller Vertrauen hinzugeben. Der Herzraum ist ganz offen und ganz weit. Du spürst die Präsenz, die Größe und die Weite rund um deinen Herzraum. Dein Körper ist entspannt, dein Geist entspannt und dein Herz weit. Und in diesem Gefühl der Leichtigkeit, des Vertrauens und des Wissens, dass alles gut ist, erlaube dir, folgende Sätze in dein Herz fließen zu lassen. Heute ist mein Leben reich an Wundern. Ich bin dankbar und vertraue dem Leben. Ich sehe mich jederzeit mit den Augen der Liebe. Andere Menschen begegnen mir respektvoll und wertschätzen, was ich tue. Heute bin ich dankbar für alles, was bereits in meinem Leben existiert. Frieden beginnt in mir. Ich lebe achtsam im Hier und Jetzt. Mein Tag ist erfüllt von Achtsamkeit. Liebe ist in mir und um mich herum. Achtsam begegne ich jedem Augenblick. Liebe begleitet mich in jedem Bereich meines Lebens. Ich werde geliebt. Ich bin eine unendliche Quelle der Liebe. Liebe. Ich bin liebenswert. Liebe ist leicht und heilsam. Liebe ist leicht und heilsam. Ich bin ein Licht für andere. Ich zeige mein Licht. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Alles ist leicht und riesig. Ich bin ein dizerer. Ich bin geneigge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann tauchst du nun langsam aus der Erfahrung deines Lichts im Herzraum wieder auf und nimmst dein Körper wahr. Spürst deine Füße und Beine wieder, bewegst sanft die Finger und die Zehen, atme wieder etwas tiefer ein und aus. Und komme in deinem ganz eigenen Tempo wieder hier zurück in den Raum. Ich wünsche dir eine ganz schöne Weihnachtszeit mit deinen Liebsten, dass du in der Verbundenheit mit deinem Herzen bist, dein Licht anderen zeigst. In tiefer Verbundenheit, Namaste.